ich bin der letzte wo seid ihr wir sind jetzt schon weiter vor an die spitze von dem wald wir sind im wald glauben rechts runter rechts wenn du zur stadt guckst rechts in der stadt glaubt das auf der linken seite und ich glaube auf der rechten seite aber ihr wisst schon also wie gesagt wenn man videos anschaut dann ist hier ramba zamba an der ecke ich sehe jetzt noch nichts mit rambazamba heute ist welt tschernotag heute ist hier keiner was ist heute welt welt tschernotag die salen tschern und nicht in elektro und morgen ist elektro tag und da gehen wir nach schernot guckst du bitte allerdings ein bisschen ja ich gehe jetzt hier das große graue haus waren an die hauswand und guckt rechts vorbei am haus wenn er drauf geht wird er verteidigt bis er wieder da ist weil ich gleich die tür ist offen und ich tue mir echt hart das zu machen was drauf zu gehen dass die verteidigung nicht weg zu rennen schreien aber noch keiner geht mal rein hier ins haus aber ich jetzt suche ich nix weil ich glaube hier ist überhaupt noch nach oben guck ich schaue jetzt über die schaue hier lassen muss ich überlegen der weste eine richtig gute uk erst holt wirst die hat mir schon an die hat mehr slots ich habe winter ne die hat nicht mehr slot sie musste ausschauen weil ich stimmt die hat aber 88 wie die taktische weste wie die technical west er acht und ich habe hier eine hose der hunter hose eine weiße schippe und handschuhe brauchen wir nicht wir suchen mütze okay ich schaue von hier mal doch das loch hier die scheiße an kommt nach hinten kann so mehr gekommen sind hier ist irgendwie nix in der starte ich sehe jedenfalls nix hier kann man drauf geht ist ja geil hier kann man drauf gehen ja genau das kann man auf jeden fall drauf gehen hier ist doch eine mütze hier unten die hat schon genommen oder wo ich stehe da bin ich ja nicht lang gelaufen 28 28 leute sind jetzt auf dem server ohne uns das wo ich dachte sind 28 leute ja mütze auf ich habe eine mütze auf die habe ich gar nicht gesehen weil ich bin ich bin gleich hier links die treppe hoch ist doch scheiß egal von der farbe her ist okay na von mir aus war hier einer im roten haus ja war ich nix wer macht hier einen zaun hin so scheiße und wer macht den zaun auf geht dann geht das mit dem messer laufe geht das durch ihr habt doch hier doch das ding egal jetzt hier geht nirgendwo durch ihr macht ihr auch doch hier einfach ich mache es ist auch noch wo es noch da hatte hier doch ist doch die scheune es hat er das tor aufgemacht ich werde ich gehe da lang wo man mich nicht sieht direkt übers feld mit euch möchte ich keine drogen nehmen ja jetzt sehe ich nämlich auch wo man richtig geil snappern kann hier liegen auch die schule sind doch immer welche oben drauf oder in den neben dem die liegen wir hier und schauen auf diese du kannst da hinten kannst du da oben auf den berg kannst du übelst neu wo seid ihr ich bin vorne hinter dir wir schauen immer auf die fabrik runter wo du kannst bist ja aber von der anderen seite oben oder ja von da wo wir sind ja von der fabrik von hier die schließen von hier die videos um alles sieht da liegen sie alle hier in den büschen und ballern runter da liegt ja schon einer mit dem helm und gasmaske ja ja ich erschrecke wenn irgendjemand vor mir herum läuft wahrscheinlich grafikfehler denn ich dachte wenn ich den gegner sehe dann sehe ich den er auch wenn ich genau vor dem stehe dann habe ich ja jetzt hier von heuballen zu heuballen und wartet zu kurz immer aber wird die stadt weiß nicht ob man herunter will ich habe noch keine meldung gesehen wie damals hier von wegen hier willkommen passiert ist jetzt auch noch kein laufen er läuft ja drüben gespenstige ruhe ich glaube ich muss sagen wenn du hinläufst ich laufe richtung stadt der richtung stadt oder richtung rechts das industrie stadt wasser genau weg direkter weg wasser statt hier vorne sind die hotline ich bin jetzt unserem kirschbaum und essen paar kürschen diesen sollen ja gesund sein was das jetzt war das spiel das ist das lied von macht keinen scheiß sonst wenn du gleich in irgendein haus gehst dann mache ich in game voice und dann erschreckst du dich noch mehr voll erschrocken ja und helfen das ist doof gegen die sonne zu laufen ist dahinter im ding satz ich renne hast du da gruselig sind keine zombies und ich sehe keine das hat mich auch schon gewundert ich habe auch schon die ganze zeit gesucht ich habe noch nichts gesehen wenn ich irgendwas sehen würde von beiden wäre es ja schon ganz cool dort hinten ist ja nicht so eine art schule wo sie auch immer obendrauf sind alles kann obendrauf neben der kirche dort also hier auf jeden fall die türen sind alle zu nur hier ist keine tür offen entweder es hat sich schon so rumgesprochen dass die städte so überlaufen sind dass da keiner mehr hingeht bist du mit direkt hinterher gelaufen oder was genau wie geht es nicht raus geht nichts wieder geht es nicht raus hier ist alles dicht hier super ja mich wundert es aber echt nur so gut ist man kann die kamera hier rüber drehen und so da bis in der geisterstadt ich gehe ins haus ihr könnt ihr schon das nächste gucken oder so oder bis ich glaube nicht irgendwie allein irgendwie herum ja aber wenn alle mal in ein haus gehen macht es keinen sinn das macht es macht keinen sinn weil wenn wir wieder rauskommen sind wir eh tot der eh nix denn dann geh rein ich bin jetzt ein haus weiter das schwarze haus weiß eine schwarze bist du okay ich glaube ich meine das ist gelbe neben dem schwarzen sind wir alle gleich aufgebaut jetzt hier noch dort die haben wir alle nix problem ist dieser gibt zum turm wenn ihr das mal sieht der turm vor der kirche ich hab hier irgendwas tun fisch ja vor der kirche dazu habe ich ja gesagt ich glaube ich habe schon zum bientern bis auf der straße hier hinter meinem haus in zombies ja gut ja aber die sollte man nicht erschießen ich bin in dem anderen haus ihr seid über die straße gelaufen oder ich bin über die straße gelaufen mit dem haus über dir ich bin ich ja irgendwie sowas wird schwarz oder grün gelb ich weiß jetzt noch mal muss jetzt raus aber raus eigentlich aus dem haus richtung straße dass man es dort sehen scheiße zoll hat mich gesehen ich habe alkohol dabei halten jetzt schon mehr aus ich bin in einem das ist die tür offen ich komme jetzt raus dem steinhaus keine ahnung was für ein haus ist ein haushalt vorm steinhaus bin ich jetzt gleich ich komme jetzt raus ich sitze jetzt vorm steinhaus weil ich glaube ich den ersten stock runter ich sehe david okay sehr gut anders lang der jungs wohl auf die lang ich sehe mir das an was der vertüren sind wo bist du doch an dem stein unten an der straße an dem roten steinhaus rotes stein ja das ist ein steinhaus die andere sind keine steinhäuser ziegelstein natürlich an der straße bei der großen straße ich habe nur ein haus durchsucht das war das schwarze hier vorne habe ich dir gesagt ich habe das haus unter dem schwarzen haus wo ihr vorne wart das ist das jetzt aber rechten seite von euch so da bin ich raus habe zombie gesehen du bist jetzt wo bin ich jetzt vor euch jetzt hier auf dem park und dann fahre ich jetzt gleich mit dem zug ist hier im bahnhof irgendwas ich war noch nie grünes black ich brauche eine grüne ich möchte meine waffe ganz grün umstrühen m4 spagetti mit kommit damit also auf dem turm dort von der schule oder was das sein soll es kann ich gucke mal auf die andere seite weil das ist eher das gerische grad hier kann man nicht hochgehen glaube ich oder war das nicht so ja die gehen nicht ich habe das geschickt hier kann ich nur rein ja stimmt das war das gebäude in grüne farbe wenn welche findest was denn ich hätte grüne farbe gerne ich habe eine kurze hose will wir eine kurze hose haben dass wir uns brauchen dass du misst gegenüber ist so eine scheiß tür offen das macht mich irgendwie nervös ich komme jetzt hier angeseite raus kommen wir die gleiche raus ich bin jetzt ja ok ja kann man jetzt wo sind wir halt wir gehen jetzt rüber zu dem anderen hüttle ja ne zu dem großen ja und dazu kommen pass auf ja du duuut ich will euch sehen wenn hier ich dann rein fährt weil sich irgendwie fünf spieler was gebaut haben das wär echt geil ja dann brauchst du auf so einem schienenfahrzeug dann nur noch eine gettling jetzt sind wir jetzt werden auch nach oben der treppe will jemand hoch aufs dach ja also ich gehe nicht aufs dach da hätten wir wenigstens überblick ne ja da bist du aber auch supergut im blick aber der der erikern hoch denn es weiter aber erikern hoch schauen wir nach wer werkt er wenn ich dort bin ne du sagst es ja irgendwo rein weil ich jetzt aber in das große gebäude hier und dann lassen wir keine hoch und dann ist gut jungs ich gehe das höhere gebäude rein da wo der turm ist ja vielleicht sollten wir zusammenbleiben machen wir ja ich will in den turm ehrlich geh runter rüber da geht sich ein jahr ist super lassen ja das sind wir alle ex liegen gelaufen mann der erikern jetzt alles überchecken können ja ich mache es jetzt hier ich will auf die turm auf den ersten turm auf die leute gegen die wand höchstentum auf da kommt man ganz hoch aber ich sollte man aufpassen jetzt ist ja ich glaube auch hoch achte sie wegen hoch hoch überblick in der stadt kannst du dich so schnell wegsnipern lassen wo er ist ein volk für die türen offen wenn ich das so anschaue hier auf der rechten seite ist alles offen na klar das neuer verein ist sie dann geht es hier natürlich ab die verhoch aber oben würde ich mich nur liegen bewegen ehrlich gesagt hier kann man unter ins haus rein oder ich schaue was da oben los ist nicht und ich kann natürlich ein sterbe naja wenn du stirbst verteidigen mit deinen positionen du läufst hierher und sammelt erzeugt wieder auf ich habe mich mal hingelegt gescheitze aber guck mal den berghof wo wir herkommen sind ob das ist ich glaube noch nicht ich kann sich aber auch gut verstecken hier unten das kannst du gar nicht mit wenn du irgendwo ein guter sniper liegt dann bist du eh tot ein wenig krass die nummer hier da unten wo du drin bist meine muss natürlich warten dass jemand auch irgendwann sich zeigt wenn du ihn wegschießen kannst aber das ist ja weil er guckt ja keiner hin wenn der einschuss fängst dann ist vorbei also ich sehe es kein einzige bewegung irgendwie in der stadt hast du den einen zombie jetzt vorhin eben der habe ich doch auch noch nichts gesehen entweder sind hier wirklich schon spieler durchgerannt jetzt vor uns alles mitgenommen los wir gehen weiter würde ich sagen jetzt hier noch mal kurz session pause noch mal kurz päuschen schluss für heute hier und dann mit dem mit dem nächsten video geht es dann weiter wo ist der weg ich komme runter ok wenn du runter kommst dann ist auf der rechten seite so eine kleine treppe die da runter geht genau es hier guckt echt keiner rein vor allem hier ist alles dunkel schattiert ich glaube ich dass hier oben ein ein sieht pause dann machen wir hinter dir stehe ich guck mal ja ich weiß ich hab dich gehört jetzt gehe ich mal wieder hoch weil es nämlich die türen sind alle zu mein stomach war es mein bauch was wir da hat er hunger oder was zombies ganz viele so ganz viele armee zombies alles die sind ja stärker geworden aber nie oben auf dem dach ne auf mir ne hier guck mal wenn du hier runter guckst hier stehen sie überall drei stück tatsächlich was ist los ja ja komm mal rein du stehst ganz woanders wie ich stehe woanders und hier ist alles voll zombie der zombie hat sich umgedreht und guckt auch was da nein der kommt hergelaufen wo stehe ich denn an der leiter wo seid ihr auf dem dach auf dem dach auf dem dach achtung ist ein zombie wenn du jetzt reinkommst oben auf dem dach das ist scheiße wir müssen runter der hat doch noch clipping fehler oder wo ist der ich bin auf dem dach hoch ich bin auf dem dach hoch doch ich seh euch doch der zombie kann aufs dach kommen ne kann er nicht kann er nicht mehr ne kann er nicht mehr ne kann er nicht wo ist der scheiß fucking zombie der die das oh die sind alle zu die häuser ja diesmal geil der sommer ist voll ne oh nein ich bin runtergefallen bist du alter alter ich geh auch mal runter ne kann er froh sein dass er noch lebt ich höre ihn ich hab ihn kaputt oh ich hab ihn kaputt oh ne zombie hast ihn erwischt ne ey blem mal blö ey kannst du froh sein dass du nicht die beine gebogen hast hey ne ne aber die farbe ist ein bisschen weg gegangen nicht mehr ganz in der farbe hau mir die halt ein wenig verliehen nein geht schon ist immer noch gut farbig dass es geht naja dann ich bin hungrig ich ess kurz was ich wollte eine leite eingestür hier in den in den hütten das essen alter das war ja das war jetzt mal wieder anders ne Handschuhe weiße wenn jemand welche braucht aber diesen worn der worn geht er ah da gibt's oh waffenreinigungskit ne schaukel ich hab ein waffenreinigungskit hier hinten sind noch mehr zombies wir müssen aufpassen wir müssen aufpassen wir müssen aufpassen jetzt wie gesagt wenn ihr ein waffenreinigungskit braucht habe ich alles im stadt hier ist komischerweise die tür offen stellen oh hier ach da ist jemand komm wir laufen wir bleiben jetzt hier weiter rechts wir laufen jetzt hier rechts auch in die häuser mal rein dann seid ihr hinter mir? ja ok ja ich laufe in das haus hier rein weil ich bin ja nicht hier ist ein helm da kannst du auch hoch gehen ne auf den turm hier ist das hier ist das ist ein supermarkt? ne was ist das? hier links kannst du auf den turm hoch gehen ne? ne ich weiß so dem muss mal sein wenn man da hoch geht warum? doch cool ja geh da bitte nicht hoch du fällst wieder runter was ist denn das für eine hütte hier? ah es gibt die zähle mit schwarzen mizier übrigens ich geh mal kurz hoch gucken ah das war das ding ne das ist normal hier ist nix oder? hier ist nix hier ist nix die sind hier ist nix der wo bist du? vor dem haus ja komm mal rein vor der drinnen seite da bist du okay ne okay bleib da seh dich der erdig ist der ex man ja das war das gebäude drüben braucht man das ist die schule hier 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 ist gut hier ist gut ich gehe die nächste türen jetzt essen und getränke auch jetzt dieses brauche ich jetzt dieses werkzeug kit hier für die waffe ich habe einen grünen spray ist voll groß das geht ja ein vierer halt hier guck mal von wo ich reinkomme ich mache die mann apfel essen jetzt nur dort ein apple gegessen habt dann darf ich aus wenn der frechstellt ja weißt du was hier passiert frisch verrottet bist du hier hinten ich werde ich habe meine waffe grün gesprüht hallo ich bin oben ich bin nicht bei euch auf etage ich habe jetzt hier gerade meine ich habe gerade meine waffe grün gesprüht außer echt ja nur was ich nicht das hat geklappt was ich nicht grün gesprühen konnte war der griff und der griff oder vorne der handschutz genau ich kann den handschutz den griff und das tiefenrohr und die unten hier die es ist es zwei war nett um sprühen aber ich habe es dabei ich kann es ergeben wo bist du denn in dem wo der eric ist da drin in dem supermarkt ja wo seid ihr da weil ich gehe mal vor die tür oder er geht vor komm da mal rein man ja kommt weiter ja warte mal ich wollte ich würde ich brauche das noch nicht ich war schon um überall drin da ist nichts ich war schon überall du bist nur wir sind das nächste gebäude rein ins letzte letzte mal komm ich werde es daher siehst du meine waffe die ist grün sieht auch nicht für anders aus wie meine ja weil ich was da raus sagt hier hast du das würde ich lieber schwarz haben grün ist besser weil es fällt weniger macht die tür auf ich sehe das ding nicht das pack dauert ein bisschen ich sehe es auch nicht ich sehe doch nichts dauert doch ein wenig bis es mal auftaucht ich spritze hier noch nichts und habe ich meine waffe ist doch bestimmt die ist pristine eric soll ich dir schnell ein dings neijagen hier was denn das saline pack ich habe drei stück noch sehe ich farben hier drei ok ja mach einfach wenn du drei hast ne kein saline pack machen dann nimm erstmal ne paar ja nimm mit ich will sich haben doch die waffe einst grad noch geht noch ich will aber nicht wollen wir jetzt links in die schule oder was das ist mädchen mädchen schule das ist doch schön dafür gibt es 100 punkte du lädst immer nach wer ist das ja einfach ich weil ich auf den nicht nur der militärzombie na genau bloß immer folgendes jetzt wo ist die treppe hoch die auf der anderen seite ganz hier ja hier ist sie kommt her alle mann bis nach ganz oben wir gehen von unten durch irgendetwas könnte sein liegt irgendwo eine banane liegt ja für david nach oben ich mache jetzt alle türen die unten sind zu übrigens weil ich keinen bock habe dass hier irgendwas ist jetzt aufs dach weil ich habe hier damals der schrot geflogen ja eben hier hast du meine schrothflinde gefunden bitte mit einer schrothflinde ey ich hab mir noch weh dir könnt ihr mir besorgen da ist eine banane oh ja ist der super ausblick ist der schon da oben ich bin die etage leiter hoch ne ich bleibe in die etage da runter ach das ist noch so ein vorraum ob es auch da fällt es nur nicht vom dach ich war eine tiefer eine also die letzte etage wo es eingehen glaube ich doch noch ich will jetzt mal mal kurz scouten und hier gucken ob irgendwas ist ich habe eine ballerie und äh papier hier gefunden die stadt scheint wirklich leer zu sein weil es so ein arsch kraut sich echt keiner mehr in die städte rein ja in die großen oder was glaube ich nicht keine ahnung äh doch trauen sie sich weil nämlich daneben uns ist nämlich ja tür offen beobachte ist dass eine tür zu und eine ist offen wir müssen halt jetzt mal zeug finden ist wieder runter gegangen ja ich bin unten ich bin ein oder zwei etagen unter euch da ist nichts in der ganzen etage die türen gehen nicht auf mach ich die tür mal zu hier geht es gar nicht auf hey genau wo man die tür auf dachte ich in der etage hier ist einer offen hier in der hose oder geht nicht auf und nicht zu was denn das für ein dreck kann was schon die gehen alle nicht auf und nicht zu weil die untere etage habe ich abgesucht und wenn ihr jetzt euch umdrehen würde aber eine fehlt ja noch die andere etage habe ich angeschaut hier die hier ja und in der anderen richtung ist eine tür offen gewesen also hier wenn man da gerade durchschaut ist eine tür offen hier warst du schon drin ja da war ich schon drin hab die türen hinter uns zugemacht aber wenn du gerade durchschaust da ist eine tür auf der rechten seite offen und die andere neben ist zu es könnte einer sein naja abkommen naja du kannst es ja auch gerne ausprobieren ich habe übrigens alle türen zugemacht damit wir wissen ob irgendwas war geht es jetzt hier raus oder rechten die Waffe in die Hand der nicht so ein Quatsch nicht mach mir nur ich tue mir nur an hier n ja mal da hätten waren wir doch gewesen du lass es hier rum da ist die Straße das ist echt drum oder wohl seid ihr jetzt dran ja ja recht so wir haben wir auch noch da ist die Straße kommt ihr mit ja ja ich komme nur außen rum über die Straße weil ich natürlich ekelhaft bin bist du ja eben ich bin mit ihnen zusammen auf dem Hof ja bin ich auch bin hinter euch und hier kann man ja mal bis vorne laufen hier ist zu oh der ist offen da ist offen hier guck mal übern da schau mal her siehst mich eric die Tür ist offen auf beiden Seiten na hier war vielleicht jemand dran ja ich sehe aber keine ich hab dich grad gesehen da sind Schuhe da sind irgendwie Spaghetti glaub ich guck mal ne mit äh badly damaged Spaghetti sind da hab ich eingesteckt mal ich bin hinter dir eric ja wenn was drin ist ja wenn was drin ist ich hab ne frische ne 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 gute Orange nehme ich auch mal mit ich geh mal in das grüne Haus hier nebenan rein ok äh ich hab einen blauen blauen Hut willst du einen blauen Hut ne ok dabei halt ich lieber meine Wollmütze mit Pudel ja gut mit Pudel ja jetzt sind wir hier links wollen wir gar nicht weiter gehen hier ist ja doch zu Ende jetzt hier ist gar nichts da ne 2 2 5 dr 5 7 9 8